Und Start der Volk, wir rennen bei Kostas, Jürgen, 2. Siffau, 1. Vorlauf. Hier kommt die Entführung, Start Nummer 1, Rissweiler, Auskehrsboot, Start Nummer 9, Bumsatelli. Wie gesagt, das Fahrzeug mit der Start Nummer 9, die jetzt hier auf der Strecke ist, können Sie käuflich erwerben. Und jetzt haben wir nicht besser. Das ist nicht nur, Start Nummer 1, Rissweiler, aber der Wendung, da habt ihr das Leben schwer davon. Das ist nicht nur, selbst. Hier sind Sie, Spitze, 1 bis Reis, an der Fischboot, die 9. Hochflagierwicht, Ausbestand, Ida, Holland, Herlich, so geht es für die nächsten Ronde. Neuer Führerzeit, Carried Borgs, Ladi 9, Stati 1, Chris Reiser, Stati 8, Roland Herwig, Franz Gell, Küchen, Checking, und jetzt in die nächste Runde. Hier kommt der Spitzschleiser, für den Mundsatz, für den Schleiser, für den Mundsatz, für den Mundsatz, für den Mundsatz, und jetzt in die nächste Runde. Applaus So, eine Runde für den Führerberg, das ist Nummer 9 von Klappermit. Auf der zweiten, auf die Vorreise, auf der drei, auf der vier, auf der vier, auf der fünf, auf der fünf, auf der sechs, die vier, auf der drei, auf der drei, auf der vier, auf der NavAS. Und hier kommt der Sieger. Rennen 9, Vorlauf 1. Deutschland Junioren 2 TV. Die Startkümmel 1. Der W-Bunker hat hier Glückwunsch. Auf der Sturm ist Kaiser. Auf der 3, die 8. Kolonairi.